ich habe noch ein buch bestellt ich habe noch ein Fischweiß Die besten Rezepte, die Produkte unseres Bodens, unserer Heimat. Avant propos, Nord et Bassin Parisien, Grand Ouest, Façade Atlantique, Baie de la Loire et Centre, Süd-Ouest et Midi-Purinier, Massif Central et Lyonnais, Est et Massif Alpin, Passant, Méditerranée, Outre-Mer, Ich guck mal Est et Massif Alpin nach. Finde ich gerade am interessantesten, kenne ich mich so ein bisschen aus. Hier, Rennes, Alsace, Brest, Dromte, Dauphiné, Sangels, Schroer, Saint-Jean-Mestin. Ivaré, Lyonnais, Orec, 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 Gé Bourdon, Limousin, Auvergne, Bourbonne, Ivaré, Lyonnais. Das ist eine schöne L'Iche-Lorraine, Flammküche, das, was man erwartet. Rissol du Buet, kenne ich auch noch. Fasson, kenne ich auch. Pont de Théau, Rançon, kenne ich auch. Routy de Porte. Schuhgut. Beknofer. Spätzlo, Birne-Mazette. Fond du Pont-Oise. Coq au Vingt-Jeun. Das ist zum Beispiel ein sehr schönes Gericht. Ist ein bisschen schwierig an diesen Vingt-Jeun heranzuknallen. Ich sehe hier überhaupt einen aufgeführt richtig. De Vingt-Jeun. Findet man hier in Deutschland nicht so richtig gut. Kann aber einfach ein Weißwein nehmen. Oder Roséwein. Ich würde Roséwein nehmen. Royer de Bresse à la Creme. Muss man so ein Maischenchen nehmen für. Sehr schöne Sachen sind hier drin. Und das sehr, was auch immer sehr schön ist. Es sind nicht viele Zugtagen, aber dafür auch immer Zugtagen. Das ist ziemlich klein. Ich habe hier noch was in die Kamera. Und daran sieht man schon, dass es sich vielleicht lohnt, dieses Buch hier zu beschaffen. Ich finde das jetzt schon auf den ersten Blick sehr schön. Tschüss. Ich vergesse ihn anzumachen. Macht nichts. Das ist nicht alles. Amen. 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 Amen.